Ohne Krimi geht die Mimmi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Krimi tut's die Mimmi leider nicht und es brennt die ganze Nacht das Licht. Jeden Abend geht die Mimmi in die Haarjahr um halb zehn. Aber niemals ohne vorher an den Bücherschrank zu gehen. Kein Goethe, keinen Schiller holt sie aus dem Schrank heraus. Nein, einen superharten Thriller sucht sich Mimmi aus. Ohne Krimi geht die Mimmi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Krimi tut's die Mimmi leider nicht und es brennt die ganze Nacht das Licht. Ich möchte schlafen, doch die Mimmi will lesen. Ich möchte schlafen, doch die Mimmi ist erst auf Seite 104. Wo der Killer von Manhattan, die Jankali super kocht. Für den Richter, der ihn damals in Chicago eingelockt. Ich muss alles miterleben, denn das Beste liest sie laut. Ich liege zittend neben ihr und hab ne Gänzerhaut. Ohne Krimi geht die Mimmi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Krimi tut's die Mimmi leider nicht und es brennt die ganze Nacht das Licht. Ich kann nicht schlafen, denn die Mimmi muss lesen. Die nächste Leiche, warte ich gar nicht erst ab und schleiche. Aus dem Bett, aus dem Zimmer, aus der Wohnung, auf die Straße, in die Bar. Denn dort machen ein paar Klare mir den Schädel wieder klar. Bei dem Mixer, an der Theke, bin ich Dauerabonnent. Bei ihm bleib ich so lang, bei mir zu Haus, dass Licht noch brennt. Ohne Krimi geht die Mimmi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Mimmi hat die Krimi und die Interpol und ich den Alkohol. Mimmi hat die Krimi und die Interpol und ich den Alkohol. Prost!